Hallo in meiner Werkstatt. Wo wir gerade sind und warum ich euch gerade fast ein bisschen angelogen habe, das erkläre ich im nächsten Video. Erstmal geht es darum, ich habe mir was Neues gegönnt und zwar ein Mikrofon. Ich fand es total nervig, dass der Ton immer wegging, wenn ich von der Kamera wegging. Das soll sich jetzt ein wenig ändern und ich hoffe, dieses Upgrade funktioniert wie gewünscht. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal hier in diese Ecke des Raumes gehen und der Ton bleibt gleich. Ich kann zum Beispiel auch wieder hinter die Kamera treten und der Ton bleibt. Ich lasse euch jetzt einfach mal alleine mit der Säge, die ist ja wunderschön anzusehen, und gehe mal in den Nebenraum und kann euch trotzdem was erzählen. Ich sitze jetzt hier wunderbar vorm warmen Ofen und der Ton bleibt gleich. Es ist fantastisch. Das Ganze war nicht mal übertrieben teuer, von dem Adapter zwischen Mikrofon und GoPro mal abgesehen. Und für mich und für den Kanal, glaube ich, ist das Ganze ein Riesengewinn. Also bis zum nächsten Video, da erkläre ich, auf was für eine tolle Säge ihr da gerade geguckt habt, in was für einen tollen Raum ihr da gerade geguckt habt. Und warum das mit meiner Werkstatt nicht so ganz richtig war.